Das war noch nicht alles. Ich bin ja nicht bekloppt. Ich weiß ganz genau, dass es gleich noch was kommt. Das war zu einfach. Mirkoff Corporation. Hi, da ist mein neuer Freund. Ich habe beschlossen, ihr könnt mir ja sagen, ob ich das weitermachen soll, weil ich war so verletzt von Andrew. So verletzt von dem, was er mir angetan hat, dass ich mir gedacht habe, wir können hier gleich mit dem Aufzug eigentlich fahren, dass ich mir gedacht habe, ich gebe denen einfach keine Namen mehr, weil sobald ich den Namen gebe, habe ich dann so eine starke Bindung zu denen und wenn die mich dann so enttäuschen wie der Andrew, bin ich so krass verletzt, aber ihr könnt mir sagen, wenn ihr wollt, dass ich denen weiter Namen gebe, dann mache ich das auch und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal... Hört ihr das? Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass ich das, was ihr in die Kommentare geschrieben habt, als ich mal gefragt habe, mal ganz im Ernst, Hand aufs Herz, was würdet ihr machen, wenn ihr jetzt wirklich im echten Leben hier werdet, ihr würdet hier aufwachen, was würdet ihr tun? Und alle haben wirklich super ehrlich geantwortet und ich habe das so gerne gelesen, ich habe alles gelesen. Natürlich fand ich wirklich toll. Oh mein Gott! Es ist so dramatisch. Wir gehen da gleich rein. Ist das Bohnenpaste? Na, ich muss mir natürlich auch einen Überblick hier über die Küche verschaffen, was denn hier so gegessen und getrunken wurde. Hier wurde eine Cola getrunken. Drink it! Wir gehen hier rein. Was ist mit diesem Mann los? Oh mein Gott! Drehe dich jetzt bitte nicht dramatisch um! Das war's? So einen coolen Auftritt und nichts? Nichts? Weißt du was? Wir machen jetzt mal was? Wir machen aus dir ein Thumbnail. Ach verdammt, jetzt höre ich das ja mit der Kamera. Da ist es natürlich blöd. Egal, nehmen wir das und machen das dann wieder manuell grün, so wie ich das bei den anderen Thumbnails auch gemacht habe. Wuppala! Diese Störungen sind äußerst mysteriös. Ich meine, unsere Kammer ist ein paar Mal hingefallen, aber... Trotzdem. Mülltonnen wurden geleert. Ich weiß, ich muss nach drei von zehn. Was mache ich denn hier die ganze Zeit? Soll ich ja eigentlich gar nicht... Ach, guck mal! Habe ich doch jetzt gehehen. Ja, ja. Dazu war der Raum also gut. Ich brauche Batterien unbedingt. Bitte sagt mir nicht, dass ich hier schon ganz viele Batterien übersehen habe. Sowas möchte ich nicht hören. Okay, hoch da. Hopp! Warum? Das hat doch hier alles einen Grund. Warum kann ich das hier machen? Hier oben ist nichts drauf. Warum kann ich das machen? Warum konnte ich jetzt in den großen Raum und warum kann ich das jetzt machen? Da passiert doch jetzt gleich hundertprozentig irgendwas. Ich bin ja nicht doof. Vor allem... Wo bleibt der Pupi-Mann? Ich hatte jetzt den Pupi-Mann. Ich hatte Pi. Ich hatte sogar gerade Mel. Und keiner tut mir hier was. Ich meine, der Pupi-Mann wollte, aber ich habe ihn ja nicht gelassen. Ich bin... Ich bin leicht verwirrt. Und sehr misstrauisch. Auch was diese Musik angeht. Hä? Achso. Ich komme da gar nicht rein. In beiden Türen nicht. Okay. Die ging auch nicht. Okay. Ah, okay. Okay. Dann weiß ich Bescheid, wieso ich da rein konnte. Gucken wir mal, was mir das genau bringt, wenn ich da oben... Hm. Kann ich... Von da aus kann ich ja auch gar nicht da rein. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ich brauche mal eine Batterie. Unbedingt. Hier brauche ich eine Batterie. Es ist so verdächtig ruhig hier. Ich kann mir nicht helfen. Es gefällt mir gar nicht. Outlast. Wirst du vielleicht doch zu einem kleinen Silent Hill? Du wirst nicht. Du wirst nicht. Ja! Oh. Hallo. Eine Batterie haben wir gefunden. Ich gucke mich jetzt sicherheitshalber hier nochmal ein bisschen um. Und dass wir das das einzige Mal sein, weil so Batteriemäste sind wir nicht mehr... Nicht mehr wirklich am Start. Ich kann von hier aus nichts sehen, mein Freundchen. Aber auch das ist ein netter. Komischerweise, die meisten, die... Ne, bis auf der im Bett. Die meisten, die keinen Pullermann mehr haben, sind hier so eine Tür. Sind hier eigentlich... Eigentlich recht freundlich. Schön, dass es hier wieder so dunkel ist. War ich hier nicht schon drin? Guck mal, hier ist alles gut. Die Welt ist in Ordnung. Guck mal, wir sind hier noch am Anfang, ne? In den Raum will ich mal wieder gehen. Jetzt guck mal, was wir uns hier so aufgekrakelt haben. Notizen. Wasser nicht trinken. Ja, hatten wir schon atmosphärisches Gebiet. Schon wieder diese atmosphärischen Störungen. Ein Patient kniet zum Gebet. Vielleicht glaubt er am Vater Martins Dreck. Vielleicht hört er uns, was ich höre. Vielleicht hört er, was ich höre, nur deutlicher. Vielleicht ist das der Weg, um von hier zu entkommen. Der Weg, um hier zu entkommen, mein lieber Herr Gesangsverein Meils, ist da, wo du schon warst. Draußen. Oder hier, eines der Fenster. Du kannst einfach in ein Studium die einschlagen. Und so weiter und so fort. Also dort ist mehr... Komm, egal, egal. Der Priester nannte es das Evangelium des Sands. Es lohnt sich einfach nicht, sich über sowas aufzureden. Es ist ja nur ein Spiel. Und die Aufnahme läuft noch. Es ist ja nur ein Spiel und... So, jetzt bist du ein Thumbnail. Nein, ich hab mir ja gedacht, ich achte mal ein bisschen darauf, was ich hier so filme und so. Ähm, oder wenn ich mir die Charaktere angucke, dann kann ich nämlich auch... Wunderschön, wir haben den jetzt draus machen. Ne, mein Freundchen. Boah, jetzt habe ich schon wieder so viel Mitleid. Ich will den schon wieder mitnehmen. Ich kann nicht. Der ist auch schon wieder vier-fertig eingepackt. Oh Gott, ich hasse das so. Oh, gucke mal. Der kann seine Finger gar nicht richtig zum Gebet hier so überkreuzen. Also nicht überkreuzen, aber ihr wisst schon. Ha, armer Pupsi-Bär. Ha, armer Käse-Bär. Tut mir leid, ich kann dir leider nicht helfen. Bitte lieb mir. Ich hätte dir gerne einen Namen gegeben, aber auch jetzt ist es schon viel zu schwer. Auch ohne Namen. Wollt ihr mich verarschen? Hä? Ich verarsche mich ja selber, weil ich hier... So, jetzt aber. Ach, guck mal, da können wir rein. Ist der auch nett? Achso, das sind ja die Männer ohne Hose. Warum habt ihr denn alle keine Hose an? Guckt ihr mal den Popo an? Hier mit den Adern und Katze oder was? Das ist voll... Das geht nicht. Den muss man mal so Pinaten oder sowas und dann den Popo einkriegen. Aber ich mach das nicht. Und hier liegt eine Hose. Sogar eine richtig gute Jeanshose. Warum nackt? Oh, ein bisschen nackig. Was schämlich. Boah, die haben die Leute hier total schlecht erzogen. Das verstehe ich nicht. Ich mein, er hat ja jetzt noch... Ne, guck mal, hier kann man sich den... Wenn man hier so in die Lücke guckt, kann man sich den angucken. Halt quasi wie in einem Tierheim. Hat hier sein kleines Häuschen. Ist wohl eine von der gehobenen Klasse. Ne, wenn ich da unten an das Tierheim denke. Das war ja schon ein bisschen anders. Und die Leute sind da immer noch unten. Ich möchte die alle adaptieren. Hasso ist auch noch da. Und Hasso ist auch mittlerweile der, wo ich denke, dass ich den wirklich auf jeden Fall mitnehmen werde am Ende. Ne, ich hab ja ein paar andere kennengelernt währenddessen, aber... Ich sag nur Andrew-Arschloch. Aber, ähm, Hasso? War am nettesten gewesen. Die Toiletten sind ja immer gut. Das kennen wir ja. Und bis jetzt ist noch nichts passiert. Es kann ja noch was passieren auf der Toilette. Vielleicht passiert ja hier eben was. So, auf der Toiletten passiert hier nichts. Ich frage jetzt natürlich jetzt, woher? Können wir hier überhaupt her? Das war ja klar. Über den Wolken. Was ist denn hier los? Meine Babys. Kleine Babys. Oh. Wo ist das Baby mit Pipi-Lacher auf dem Boden? Die behaupten mich auch gar nicht. Finde ich sehr, äh, witzig. Oh nein! Nur zwei Batterien. Aber ich sehe doch hier gar nichts. Und ich will doch hier alle angucken. Weil hier sind nämlich so viele. Guck mal, die beten alle. Da auch. Da ist die Hose. Er hat aber auch eine Hose an. Oh Gott, ich kann nicht aufhören. Willst du mich verankern? Da können wir doch bestimmt... Das machen, oder? Ah. Wahrscheinlich müssen wir uns jetzt wieder hier dranhängen. Und kommen eigentlich gar nicht schließlich nach draußen. Da vorne ist die Kugel. Fahr ich natürlich jetzt woher? Wir können ja nur hierher. Cool. Wir können doch hierher, oder? Jetzt sind wir wieder sauber. Noch. Solange wir ein bisschen wieder durch irgendwelche Blindlachen laufen. Dahinten ist... Von außen würde ich gar nicht denken, dass hier... ...so ein Quatsch abgeht. Das ist ja eigentlich alles ganz sauber. Alle Knie, mein Freundchen. Jeder verdient ist gezeigt zu werden. Jeder verdient ist. Was ist das...? Gott hat... Gott hates... ...sickness. Was sind wir hier? Gott hates money. Das trifft dann schon eher zu. Gott. Moment. Ja, auf jeden Fall irgendwas. Vater Martin. P und Mel. Wer bist du? Dich kenne ich nicht. Ich möchte keinen Namen geben. P und Mel. Vater Martin. Eindeutig. Das sind P und Mel. Ich erkenne sie wieder. Aufnahme läuft noch. Ich werde jetzt mal eine kurze Pause machen. Denn, bevor die Aufnahme gleich abbricht, ich habe das Gefühl, das passiert jetzt gleich irgendwas. Und ich sage einfach mal, bis gleich.